Willkommen zurück zu einer weiteren bulletreichen Folge. Sniper Elite 5, freut mich, dass du da draußen wieder tödlich reinschießt. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte kugelverseuchte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter mit einer genialen Killcam. Wow, beide Augen rausgepfeffert. Und wenn ihr da draußen mich ein wenig supporten wollt, ihr wisst ja wie es geht. Einfach nur eine kleine Bewertung da lassen. Gewinnspiel läuft bis Freitag 0 Uhr. Einfach bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. So, ich sack hier nochmal ein bisschen was ein. Ja, wir sind hier fröhlich dabei, alles wegzuschuten, was nur geht. Sobald du eine Geräuschquelle hast, als Ablenkung, du bist der Gott. Es ist einfach so. So, komm, knall. Er knallt die ganze Zeit, aber das sind keine offiziellen Knallgeräusche. Das war einer. Das war ein offizieller und Kugel fliegt. Yes, baby. Ordentlich weggezogen, den Dude. Okay, warte, 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 warte. Ein bisschen durchatmen. Die alte Lunge zur Ruhe kommen lassen. Will er Alarm schlagen? Nee, ne? Feinde machen Jagd. War hier noch jemand? Das ist schon ein riesiges Anwesen, was wir hier einnehmen müssen. Deswegen wäre es halt sehr gut. Ah, Mist. Oh, das gibt's doch nicht. Das krieg ich hier nicht. Das ist eigentlich der Einzige noch, der hier nervt. Was ist eigentlich, wenn ich hier dagegen schieße? Kann ich das kaputt schießen? Ja. Oh, da drüben rennt sogar noch jemand rum. Ach, guck mal hier. Helme. Der wahre Feind eines jeden Scharfschützen. Verdammte Helme. Eieiei. Gott. Die Headshots in der Folge sind ja böse. So, der Alarm ist zerstört. Ich muss mal zusehen, dass ich ein anderes Gewehr bekomme. Du bist der Nächste. Oh, da hinten ist sogar noch jemand. Na, wenn die alle hier rauskommen. Bam. Der ist noch am Leben. Jetzt nicht mehr. Gliedmaßentreffer. Okay, was ist da hinten los? Ich hab noch einen Wuseln sehen. Warte, Moment. Einer kommt gerade zu mir. What? Schon wieder an der Stelle. Wie er hin und her wackelt. Muss jemand wohl auf Toilette? Ich muss groß. Ja, mach's in den Sand. Kampf. Moment, wer hat das gesehen? Ist doch gar niemand. Wer hat das denn bitte schon gesehen? Der hier ist mir noch ein Dorn im Auge. Boah, aber der ist sehr, sehr weit da hinten. Ach, Mist. Der ist immer hinter diesem dämlichen Stein. Alles klar, Freunde. Gehen wir nach vorne. Besser wird's nicht. Oh, 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 oh. Moment. Einer hier. Und einer hier. Der eine ist gechillt. Der andere aber nicht. Findet ihn. Hodenschuss. Ah, er geht in Deckung. Feigling. Was? Na, so knapp. So knapp. Ei. Ei, 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 ei. Noch ein bisschen Kiefer mit weggerissen. Oh, in den Arsch. Aber er lebt noch. Verdammt. Der Typ hat aber auch Glück. Okay, jetzt aber. Kommt da hinten noch mehr oder ist jetzt wirklich mal Ende? Immer noch der eine Dude hier. Immer noch hinterm Stein. Okay, let's go. Wir waren jetzt lang genug da hinten. Kommt hier gleich ein Flugzeug? Ich kann schwören. Ich hab eben gerade irgendwie was gehört. Oh, der hat mich gespottet. Verdammten Scharfschützen. Die Lippe. Wie sie nach oben zieht. Hast du zufällig ein bisschen Munition, mein Sohn? Ach, jetzt kommt Lärm. Jetzt. Gerade noch erwischt. Aber keine Ahnung, wo ich bin. Verdammt sind das viele Nazis hier. So, ein bisschen Gewehr-Munition. Wir haben sehr, sehr viel rumgeballert. Gelber Ring, roter Ring. Oh, was ist das hier? Ein Minenfeld? Oh mein Gott. Den hab ich gar nicht gesehen. Uff. Uff. Okay, da hinten ist ein Minenfeld. Findet ihn! Findet ihn! Da rennt einer rum. All right. Wo wollen die hin? Sag nicht, die wuseln alle wieder da hinten hin. Perfekt. Perfekt. Der andere steht unter der Brücke. Stehen sogar zwei unter der Brücke. Zwei Männer. Kommen sie. Na los, wo bist du? Boah, der sieht mich. Boah, ich muss unbedingt hier mal durch. Es ist einfach so viel los. Du kriegst hier keine Ruhe. Langsam muss noch mal gut sein hier. Feind macht Jagd. Ah, es nimmt irgendwie kein Ende. Hier steht auch noch jemand rum. Da ist auch noch jemand. Das hat ihn nervös gemacht. Okay. Komm schon, Flugzeug. Lass mich nicht hängen. Sonst beruhigt sich die Lage hier nie wieder. Ich hänge schon Ewigkeiten hier. Einfach nur vor diesem verdammten Burghof rum. Flugzeug, Flugzeug. Oh, Verwirrung. Der geht noch. Schnell, sauber, tödlich. Rein ins Hirn. So, der andere Kollege ist irgendwo oben. Absolut nein. Okay, der steht oben. Dann ist noch einer da oben. Einer ist nicht markiert. Und dann habe ich endlich Ruhe. Oder auch nicht, weil da drüben kommt auch noch irgendjemand. Alles klar, ich habe wohl nie Ruhe. Nehmt alles auseinander. What? Woher kommt der denn jetzt? Okay, hier ist der Nächster. So, das sind die letzten beiden. Ich habe Hoffnung, dass es die letzten beiden sind. Oh, Mann. Da habe ich was losgetreten. Zum Glück habe ich den Alarm zerschossen. Sonst hätten wir schon längst hier Alarm. Operation Kraken. Whatever it is. The Abbey here at Beaumont Saint-Denis has the answers. Meeting could be taking place anywhere. Got to find some leads. Aber die Karte gefällt mir. Die ist cool. Und schick. Kannst halt schön Sniper-Duelle machen. So, jetzt dappen wir erstmal hier nach oben. Oh, oh. Was macht der denn hier? Wheelies. Lauf mir direkt in die Arme. Das wäre sehr nice. Immer schön saftig, ne? Die Boys sind immer richtig schön saftig. Dahint ist noch irgendjemand alarmiert. Oh, nein. Irgend so ein... So ein Oberheini. Der Nazi-Oberheini wurde auch alarmiert. Heinz-Oberheini wurde alarmiert. Los, nehmen wir alles auseinander. All right. Sorry, Heinz. Sorry, Heinz. Er hat einen Anfall. Irgendwas wichtiges dabei. Nope. Aber er war glücklich. Er ist glücklich mit einem offenen Mund gestorben. Ein schöner Tod. Los, suchen wir alles ab. Ach, komm. Okay, die Feinde machen immer hinten noch Jagd auf uns. Die Jagd hört irgendwie nicht mehr auf. Schauen wir mal, was hier drin ist. Joa... Irgendwie nichts. Oh, den markieren wir auch noch. Was machen die denn hier? Was? Was? Wir haben mich gesehen? Oh, snap. Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich. Der Sniper oben hat mich gesehen. Okay, wir laden mal. Ah, Mist, da oben ist ein Scharfschütze. Okay, ich brauche hier ein bisschen Lärm. Wenn das Flugzeug kommt, hauen wir den da oben weg. Den habe ich halt nicht gesehen. Der kleine Pisser da oben. All right. Undercover. Dürften sie eigentlich nicht gehört haben. Wir waren genau im Geräuschfeld. Das ist alles gut. Alles gut. Diesmal ist das wohl kein Problem. Er war nicht glücklich darüber, dass er letztes Mal den Flug verpasst hat. Sie halten sich an den Zeitplan. Los. Tun wir beschäftigt. Okay, ich könnte die Dinger hier vermienen. Los, tun wir so, als würden wir arbeiten. Ich. Ich bei der Arbeit, der so tut, als würde er arbeiten. Das ist genau mein Ding. Es gibt noch nichts Schöneres, als zu tun, als würde man arbeiten, oder? Ah, Crap. Hier ist noch irgendwo jemand. Oder sind das die Motorradjungs? Huh. Okay, die kommen. Ei, 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 ei. Komm schon, markier sie. Was ist das da oben? Wasserspeier. Die fahren da oben entlang. Okay, gut zu wissen. Boah, das ist eine riesen Festung. Haben wir denn jetzt hier eine Erweiterung? Fabian Richter sollen wir töten. Okay, was ist das denn hier? Die warten in der Kneipe. Äh, in der Kneipe. In der Kneipe. Ein Paket für Richter wird ihm beim Treffen geliefert. Ich könnte ihn also auch sprengen. In der Kneipe. Okay, wenn ich jetzt hier eine Sprengladung setzen würde. So rein theoretisch. Ich vermine jetzt die Fahrzeuge. Die Kolonne da drüben. Komme ich damit durch? Das ist halt schon eine richtig schöne, fette Nazi-Kutsche. Ja gut, dann muss ich erstmal hier speichern. Ganz wichtig. So. Das wurde gespeichert. Ach, nö. Fahrt weiter, Jungs. Ach, nö. Echt jetzt? Okay, sie gehen. Alles klar. Das Ding ist vermint. Okay, hier kann ich gar keine Sprengfalle hinmachen. Interesting. Jetzt wäre halt noch die Sache mit dem Paket interessant. Was da noch so geht. Also ich muss sagen, die Karten sind schon echt beeindruckend. Wie groß das Ganze hier ist. Und die ganzen Details und so. Jemand Besonderes? Woher weiß er das denn? Woher weiß er das? Woher kann er sagen, dass der Typ Informationen hat, die wir unbedingt brauchen? Das würde ich echt gerne mal wissen. Könnt ihr einen Double Kill machen? Eben gerade war auch noch das Flugzeug da. Bitte unterhaltet euch einfach so weiter, Jungs. Ihr habt ein tolles Gespräch. Eine tolle Dynamik. Beim nächsten Flugzeug beide wegholen. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Wo bleibt das Flugzeug? Es kommt. Komm schon. Double Kill. Ist das ein Double Kill? Yes. Legendärer Double Kill. Okay, ist das die Kneipe? Moment mal. Gibt es zwei Patrouillen? Ja, es gibt anscheinend zwei. Jetzt sehe ich die von hier nicht. Oh, komm schon. Okay, drehen um. All right. Also, hier ist die Bar. Ades Schnaps Bar. Mal reingefingert. Sieht gut aus. Was bist du denn? Ein Kriegsmarinedeck. Souvenirjäger. Sammle für private Gegenstände. Habe ich hier eine Nebenmission? Huh. Jetzt haben wir eigentlich noch das hier. Also, die Nummer, wo wir hier... Oh, no! Das war... Ja. Ich war so konzentriert, was wir gemacht haben und was wir nicht gemacht haben, dass ich mal wieder... ...ultimativ gefällt habe. Das war so garantiert nie geplant. Oh Gott, hier ist wieder eine ganze Armee. Ich glaube, wir sollten laden. Oder wir sollten die Folge beenden und sehen uns einfach wieder in der nächsten. Bewertung dalassen. Beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss!